Also wirklich sehr super, dass man überhaupt so weit gekommen ist, aber leider auch die anderen Jungs, die geboxt haben bei der Olympiade. Ich drücke denen sehr die Daumen, auch unseren Jungen jetzt hier und ich hoffe wirklich, dass er eine Medaille für uns reißen kann. Natürlich schaue ich den. Ich schaue den aus dem Trainingslager aus an. Nein, jetzt bin ich noch nicht bereit. Ich finde, deswegen bin ich auch im Trainingslager bereit, nehme ich mich sehr gut vor. Jetzt momentan fängt die Sparrensphase an, quasi die heiße Phase vor dem Wettkampf und dann bin ich sehr zuversichtlich, den Kampf auch gewinnen zu können.